So Leute, da sind wir beim nächsten Booster Opening und ich habe noch mal Kamigawa Neon Dynasty, ein Booster, das mir zugesendet wurde von anonymer Spenderseite, der zu mir gesagt hat, Blacky, mach das Ding ruhig auf, wenn da ein roter Hidde zuge drin ist, dann hätte ich den gerne. Wenn da ein roter Hidde zuge drin sein sollte, dann bekommst du den. Keine Sorge, so, gucken wir uns mal an. Schon cool, jetzt sehe ich so einen blauen oder einen grünen. Gott, das Foiling, das sieht in der Kamera ja richtig weird aus. Ich kann es vergessen, Saiba Tree Passer, Mondfolge Ninja, 5 Mana 3,5 mit Channel, kann man Discard und zwei Karten tappen, zwei Kreaturen tappen, die man nicht kontrolliert, die dann tappen nicht. Ninja ohne Ninjutsu ist immer noch so weird für mich. Wild Skate Crack, kommt getappt als Spiel, kriegst du Leben rot oder weiß tappen. Okibar Salvage. Okay, wow, das ist echtes Foiling, ist ja mal weird. Ist das ein amerikanisches Booster? Property of US, 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 US. Made in USA, yes! USA Booster, das erklärt vieles. Genau, 5 Mana Source, wir bringen eine Kreatur, ein Vehicle, so aus dem Friedhof zu gespielt, wir legen 2 bis 1 bis 1 mal auf das. Wenn es ein Artefakt... Ne, wenn wir ein Artefakt... Oh, Unicult Anvil! Sehr coole Karte, 2 Mana, Artefakt, immer wenn ein oder mehr Artefakte das Spiel verlassen, kreieren wir ein 1-1 Konstrukt Token und macht man nur einmal Brunde, tappen, Opfer und Artefakt und der schießt einen Schaden und wir kriegen ein Leben am Gegner. Dann, uh, The Long Reach Knight, 4 Mana, Step 1 und Step 2, jeder Gegner opfert eine Kreatur, es sei denn, er wirft eine Handkarte ab. Step 3, wir bringen den zurück, dann ist der 0-4 und... Mh... Animus of Knight's Reach. Kriegt plus X, plus 0, wenn er angreift bei X, die Anzahl an Kreaturen im Gegnerschen Friedhof sind. Das ist halt der, äh, vom Myogen of Knight's Reach, der, der, ähm, fast Antagonist, also der zweite Antagonist aus den Büchern. Der erste ist natürlich Condor und, uh, die Ebene ist immer wieder hübsch. Ich mag diese Wuste einfach. Dann haben wir Norika Yamazaki, The Poet. 3 Mana 3, 2, Wassermkeit, immer wenn Ninja oder Warrior alleine angreift, können wir einen Charmin aus dem Friedhof spielen. Hm. Hm. Guardian of Oboro, 3 Mana 3, 4, Defender. Modifierte Kreaturen können angreifen, als hätten sie keine Defender. Das ist ziemlich cool. Das ist auch wirklich, wirklich cool, ähm, mit diesem, mit diesem Drachen, mit diesem großen. Dann haben wir Dokushis Leister. Was, warum, warum sind hier nur noch Ankams? War das da so? War das so, oder hab ich jetzt in echt? Hm, hm. Okay. Tue ich mir Hoffnung für den letzten Slot. Ähm, der ist 202, 1 mit Ninja zu 2. Wenn er mir eine Schaden zufügt, äh, also, ja genau, ähm, können wir eine Kreaturenkarte abmachen, wenn wir das abwerfen, wenn wir das tun, zerstellen wir eine Kreatur der Planeten, die das Spiel akutuliert. Hm, meh. Wow. Meh. So, kurz eine Gruppe reingewollt. Und, uh, Tamio, the completed Sage. Ein blaues, ein blau-grünes, äh, Phryxia Mana und ein grünes, zwei Farblose. Eine completed Planeswalkerin. Ich glaube, aber nicht die erste, oder? War das hier die erste? Kann es sogar sein, dass das die erste war? Boah, ich weiß es nicht mehr. Entweder hier oder davor war gerade die erste rausgekommen. Ich meine sogar, sie wäre die erste. Und, ähm, ja. Kann man zwei Leben bezahlen, statt die Mana-Kosten bezahlen. Und dann kommen die mit weniger Marken ins Spiel. Plus eins, wir, äh, tappen ein Artefakt oder eine Kreatur, die enttappt nicht während des Tab-Segments. Das nächste in der Tag-Segments. Minus X. Wir exilen einen Non-Net-Permanent mit Mana-Kosten mit X oder weniger aus dem Friedhof und kriegen einen Token, das eine Kopie von der Karte ist, was sehr cool ist. Und Minus 7, ähm, wir kriegen einen Colorless-Artefakt namens Tamios Notebook. Und, ähm, Zauberkosten zwar meiner weniger zum Kasten und tappen, ziehe eine Karte, hat das Ding dann. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Iron Soul Enforcer. 5-Mana 4-4. Wenn er, er oder der Commander alleine angreift, können wir Artefakt aus dem Friedhof zurück ins Spiel bringen. Den habe ich mal überlegt, im Ojo-Teil zu spielen. Tatsächlich. Ähm, das war ziemlich spannend. Dann haben wir The Restoration of Aiganjo. Drei Mana. Ähm, wir dürfen direkt nach einer Ebene durchsuchen. Wir können eine Karte abwerfen, wenn wir das tun bringen. Penalys mit zwei oder weniger Mana-Kosten. Mana-Value. Aus dem Friedhof zurück ins Spiel getappt. Und danach wird das Ding zu einem, äh, 3-4er mit Wachsamkeit, der immer, wenn er angreift oder blockt, einen 1-1 Spirit Token macht. Der gute Foxmonk. Der gute Foxmonk. Ist eine sehr, sehr coole Sache. Und dann haben wir Invoke The Ancient. Ähm, grün, 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 grün. Und ein farbloses Sorcery. Ähm, wir kreieren zwei, 4-5 Spirit Creature Token. Für jede von denen kriegt Wachsamkeit drauf. Und ein Reach Counter. Oder ein Trampel Counter. Nicht schlecht. Und wir haben, wuuuuh. Keine Hete-Zuge. Aber Aiganjo Seat of the Empire in Extended Foil. Viele Leute werden jetzt sagen, öh, das hätte jetzt auch ein Buseju sein können. Mimimi. Ähm, ich sag, ich find das Aiganjo richtig cool. Legenderes Land tappen für ein farbloses 3-Mana abwerfen. 4 Schaden auf den angreifenden oder blockende Kreatur machen. Das Ding wird ein Mana günstiger für jede legendäre Kreatur, die wir kontrollieren. Uh, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich freu mich. Vielen Dank nochmal. Und, äh, ja. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wenn ja, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und, äh, ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. I'm Lexit. Ciao, ciao. I'm Lexit.